Wir springen gleich das 4000 Meter nach einem funktionierenden Flugzeug rauf. Ja, da freue ich mich drauf. Was ist dein Plan? Ja, eigentlich schon. Wer ist zuerst auf diese gekommen? Eigentlich ich. Ich habe dann animiert, mitzumachen. Ah, das ist gut gemacht. Sehr gut. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Nummer. Ja. Oder uns hier, dann muss er weiter mit dran. Ja, da hinkst du halt mit dran, genau. Dann macht die Mutti noch einen Fotos an euch. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Da alle wiederfinden verschiedene Techniken, ne? Hey Lars, herzlichen Glückwunsch zum ersten Spruch. Ich danke dir, war bestimmt nicht der letzte, also es ist ja geil. Phänomenal, ja das glaube ich, heute noch wahrscheinlich.